Jo, einen schönen guten Tag. Hier ist mal wieder Nassi. Ich bin immer noch auf dem Rasthof in der Nähe von Paris. Und jetzt geht's wieder weiter. So, ich muss da einschalten. Jetzt. Oh, stehst du hier. Moment, du mal wieder langsam raus. Jetzt. Okay. Hier, du weiter jetzt. Okay. Jetzt geht's wieder weiter. Jo. Und weiter jetzt. Vollgas zum Ende jetzt. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt heute. Aber hier braucht gar nicht so viel Gas geben. Da hinten ist wieder eine Kontrolle. Da muss ich schon wieder bezahlen. Ja, ja. Hier immer. Ich bin jetzt ein kleiner Stückchen. Ich bin jetzt ein kleiner Stückchen. So. Und weiter jetzt, Leute. Da hat eigentlich gedacht, er wartet nicht. Und er nimmt seine Fahrt auf. Ist ja nichts Neues. So, das heißt ja nicht, ich fahre wieder auf den Landstrahl. So, wieder weiter. So, das heißt ja nicht, ich fahre wieder auf den Landstrahl. Nee, ach, der Grün auf der Autobahn. Hier im Ausland. Stimmt hier. Ich fahre wieder. Fahrjähriger jedes Mal. Da ist Paris. Hauptstadt von Paris. Ist das die Hauptstadt von Paris? Von Frankreich? Nee, glaube ich nicht. Nein. Nein, 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 nein. Jo. So, und jetzt geht die große Weite fahrt nach am Meer. Hoppala. In Paris war ich noch nicht mal. Aber es soll eine schöne Stadt sein. Anscheinend groß. Zum Schade, man sieht nicht den Turm hier. Stimmt's? Nee. Schade. Natürlich habe ich auch probiert. Jo. Gut. Das war's dann. Tschüss, Paris. Tschüss. 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 Ab am Meer. Jo. Das heißt jetzt, ich gebe die Fracht heute jetzt ab. Jo. Na nun. Jo. Das war's dann. Erstmal. Ich bin ja gar nicht in Paris. Paris. Wir müssen vor Ort von Paris gewesen sein. Paris kommt denn noch. Hoppala. Wo will ich denn jetzt hin? Ich habe gedacht, ich bin schon in Paris. Nein. Ich war noch nicht in Paris. Ich bin ja gar nicht in Paris. Da geht's. Da geht's nach Paris. Ja. Ja. Da muss ich doch Paris gewesen sein. Ja, ja. Ja, ja. Einkommen. Ich habe wirklich gedacht, das war jetzt Paris. Nee, das muss doch Paris gewesen sein. Ja. Ja. Na nu. So, hier muss ich wieder was langsamer fahren. Naja, ich hab mir gedacht, wenn es so eine schöne Kohl ist hier. Deswegen hier sehr schön langsamer fahren. Gut, es geht weiter. Ach, nichts ab, fahrt raus. Wie es so aus, sind das? Aha. Ach so. Gut. Hä, doch Paris? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Dann fahr ich jetzt hier weiter. Ja, mal gucken. Ich muss es jetzt schaffen bis zum Ende jetzt. Oder muss ich mal gucken, ob ich nach Deutschland wieder fahre. Ach so, ich bin jetzt abgekommen, jetzt eben gerade. Nee, auf der Arbeit war es okay heute. Nö. Ja, mein Kollege hat auch schon gesagt, der findet das Video hoffentlich gut, was ich gemacht habe. Ihr wurdet letzter, gestern, nee, heute wurdet rausgekommen, was. Ich hab mich da gestern rausgebracht, ne, gestern aufgenommen. Nee, Quatsch. Vorgestern. Heute ist rausgekommen, das Video. Und, jo, und da habe ich ja, wo ich mal erzählt habe, über mein Haus. Jo. Ich muss wieder ein bisschen schneller fahren wieder. Und ja, da ist mein Haus abgebrannt. Vorgestern. Hier, auf Minecraft, ah, da fährt ein Zug. Moment, ein bisschen langsamer wieder rennen. Hier muss ich ein Stück gleich abbremsen. Und richtig. Ich dachte, wieder irgendwas, war da wieder so eine Eisenbahn. Wow. Hab ich Glück gehabt. Wow. Ich hab schon gedacht, jetzt ist vorbei. Nein, das ist noch nicht vorbei. Ich hab mir gedacht, ich knall jetzt gegen den LKW jetzt durch. Nein, noch nicht. Nee, ich hab mir gesagt, ja, mein Kollege hat wohl gesagt, was, dein Haus ist abgebrannt? Und alle, alle, was? Was, dein Haus ist abgebrannt? Wo du wohnst? Nein, nein, hat Thomas gesagt. Nein, bei Minecraft. Oh. Wir haben jetzt wirklich gedacht, mein Haus ist abgebrannt. Oh, nein. Ist auch gemein. Ja, Thomas ist schon ein Typ. Wer will jetzt auch demnächst auf YouTube kommen? Aber mit seinen, wie heißt es nochmal? Äh, Fußballmanager. Oh, mein Gott. Wo wollt der hier lang, hä? Ja, wo willst du hin? Wo willst du hin? Warum hast du so dann abgebrannt? Ich verstehe es nicht. Da war nur ein Jungs von einem Schild. Mein Gott. Weg, nicht ausgewichen, weg. Voll hinten drauf, weg in den Halt. Ah, mein Gott. Jetzt rast er wieder. Ah ja, wie immer. Ne, ich habe gesagt, ich fahre jetzt durch. Der Fahrradgericht ist durch. Hoffentlich fährt er jetzt da leicht rein. Ich hoffe, er es blinkte. Aber ein bisschen langsamer. Nee, er fährt weiter jetzt. Aber die musst du manchmal ganz schön aufpassen. Die gehen einfach auf der Eisenbahn, dann bis hinten drauf. Ah ja. Jetzt sind die. Hm. Ah ja. Nee, ich noch mal zurückkommt, du. Die anderen haben alle gedacht, was? Dein Haus ist auf Glück und Einkommen? Wauw. Ich muss dann noch, irgendwann noch einen zweiten LKW anschaffen. Ich krieg noch mehr Geld verdient, du hier. Ich kann ja wirklich bald die langen, nur kurz Strecken nehmen, bald. Oh mein Gott. Ich kann ihn nicht überholen, den Blöden. Aber da hinten gibt es schon wieder. So, hier. Fahr' ein bisschen langsamer, wenn da hinten ist schon wieder, kommt wieder was. Wie ist das? Und da brennt er wieder ab. Ich kenn ihn doch schon vor mir. Kannst du schon langsam gehen? Das hab ich mir gedacht, wenn er gleich wieder abbrensend wird. Komm, fahr ab. Nee. Er ärgert mich. Er ärgert mich, der Typ der vor mir. Ach man, oh. Toll. Ich soll ein paar Möglichkeiten suchen. Nö. Mach ich jetzt nicht mehr. Da fing die in der Stunde und mach das nicht mehr. Wo wollte ich jetzt hinfahren? Nee, im Moment habe ich jetzt wirklich nicht mehr zu viel erzählen. Und ich weiß auch, ob ich jetzt gar nicht wollte ich unterhalten soll. So ein Vögel da unten. Mhm. Könnt ihr mal was da, was da? Oh, 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 oh. Lenkung funktioniert nicht mehr. Ja, 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 ja. Okay, brennt's wieder ab. Da brennt's da gleich wieder ab. Ich kenn den doch schon. Bitte Parkmöglichkeiten. Warum? Ach, warum fährst du nicht weit? Warum? Wo ist der Vorfahrt? Oh, mein Gott. Der Dauer hat jetzt hier. Ah, ich hab's da gleich geschafft, Leute. So, ich gucke, ich hab's ihn langsamer fahren. Ja, scheiß Baustelle wieder mal, wie immer. Ja, was soll denn was anders sein hier? Ja, ja. Ja, du kannst ja gleich schlafen gehen. Und die Fracht abgegeben habe. Mann, der meckert nur. Komm! Ach, Leute. Bin ja so gleich da. Na, hoher! Na, nu. Wo soll ich denn lang? Ja, ich hab's da gleich geschafft. Ja. 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 Juhu, den kann ich endlich überholen. Gott sei Dank bist du weg. Ja, du kannst ja gleich schlafen. Mein Gott. Jetzt brauchst du noch nicht schlafen. Hoppala, bin ja wild zu schnell schon wieder. Oh, ich kann die Gasen, sehe ich jetzt gerade. Wow. Ach, nee. Jetzt fängt an zu pissen. Wo ist das jetzt anfangen zu regnen? Ja. Na, jetzt fängt an zu regnen. Ja. Ah, jetzt sind ja 50 erlaubt jetzt hier. Naja, es dauert. So. Was war denn am Ape? Ich bin jetzt hier. Ja. Ja. Oh. 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 Warum fährst du weiter? Warum fährst du weiter? Vollidiot. Kannst du mir erklären? Fährst du weiter? Jörg-Cleaner, du kannst ja gleich schlafen gehen. Ach, Mann. Ja, Leute, du Angst. Oh, nee. Warum hältst du an? Fahr mal weiter. Ey, hallo. Na toll. Musst dich extra so weit nach Fenton fahren, bis du endlich wieder weiter fahren kannst? Äh, krass da aussieht jetzt hier. Aber endlich. Ja, endlich. Ja, endlich. Äh, ja da hinten. Ja. 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 Oh mein Gott. Ey, lass mich nicht durch. So, da ist nichts mehr. Ja. Okay. Ja. Oh, die Leute fahren hier nicht. Mit dem wollen. Ja, hinten ist da Rastplatz. Da kann's mir anfang. Aber ich muss mal da hin. Jojo Leute, fahr doch Mein Gott Na toll, dankeschön Super, lauter Ja, ihr könnt nix dafür Na ja Mein Gott Deine Fahne will dich aller Hm? Ich liebe das, ich liebe das Gut, erstmal mein Wahn reparieren Ich grabe noch ein Stückchen Ja toll, komm So, schnell reparieren Wann ist er kaputt? Ach so, 3000 Ist ja nicht so schlimm Neu, das geht ja heute nochmal Wow So Ich habe mich gestattet, das ist schlimmer Gut Dann Wende ich mal hier Okay, okay, okay Ah, jetzt knapp Ich bin nass, ich bin nass Ich bin nass Ich will nass Ich will nass mit dir Gut Okay Schöne mich aus Gut 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 Ich sag erstmal Tschüss Es ist dunkel hier In meiner Umgebung Ich sehe nichts mehr Okay, Leute Dann mach Schluss für heute Und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Ach so Und noch eins Und ein Dämpchen Okay, ciao, ciao